Er ist so gegangen, wie es sehr, sehr vielen ergeht. Er hat schon an einer ganzen Menge Nachwuchswettbewerben teilgenommen und dann hat irgendwann, als er mal wieder gewonnen hatte, hat er auch eine Schallplatte aufnehmen dürfen. Nur, Jürgen, erzähl selbst, was ist aus der Schallplatte geworden? Also, wenn ich ehrlich bin, die ist kein großer Erfolg gewesen, beziehungsweise gar keiner. Das kenne ich. Ich habe auch schon Schallplatten überhaupt nicht verkauft. Und hinterher war eben dann zappenduster und kein Mensch hat sich mehr um dich gekümmert. Aber, und das finde ich ganz prima, du hast den Kopf nicht hängen lassen, du hast einen Beruf gelernt. Was hast du gemacht? Ich habe Fotograf gelernt und mache zurzeit eine kaufmännische Lehre und will später ein Fotoatelier aufmachen. Er hat doch hier die ganze Zeit während der Proben immer mit seiner Kamera bewaffnet von uns allen Fotos gemacht. Das hört sich ja alles ganz gut an, aber jetzt hast du hier erst nochmal eine richtige Chance. Du hast wirklich Musik im Blut. Gehst du eigentlich gerne in Diskotheken? Ja, sehr gerne. Du weißt genau, warum ich das frage, denn sein Titel heißt nämlich Samstagabend in der Diskothek. Hier ist der Roger, denn ein Künstlernamen hat er nämlich jetzt auch. Roger, hier ist dein Mikrofon. Bitte. Bühne frei. Die Diskothek läuft heute über. Der DJ spielt nur Funk und so. Der Quagro-Sound schlägt voll da rüber und in der Luft swingt Alkohol. Und Johnny tanzt nur mit Belinda. Ja, die nimmt bestimmt zwei Kilo ab. Der Rundmut hält uns auf den Beinen. Er macht vor vier Uhr niemand schlapp. Am Schaustagabend in der Diskothek. Da wird getanzt, bis das der ganze Laden kocht und weht. Wenn die heißen Scheiben rotieren, kannst du's mal probieren. Anstags sogar in der Diskothek. Bam, shu, wa, bam, bam, shidu, wa, bam, shidu, wa, bam, shidu, wa, bam, shidu, wa, bam. Anstags sogar in der Diskothek. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020